Im Moment kann man sich noch nicht so richtig vorstellen, dass hier bald James Bond und Co. über die Leinwand huschen. Trotzdem nimmt das neue Fürther Kino langsam aber sicher Gestalt an. Also wir arbeiten fast von früh bis nacht, kann man sagen, und wir sind voll in unserem Zeitplan. Sie sehen, es tut sich immer was, jeden Tag was Neues. Bauherr Alfred Ach freut sich über jeden noch so kleinen Fortschritt auf der Baustelle. Gerade weil lange Zeit nicht klar war, ob der Unternehmer sein Kino tatsächlich bauen kann. Das war ein langer, sehr steiniger, schwieriger Weg. Auf dem Gelände, wo wir unser Kino bauen, geht zum Beispiel unter ein Drittel des Platzes die U-Bahn-Röhre durch. Wir hatten ursprünglich mit drei, vier Gutachten gerechnet, mussten aber zwölf Gutachten in Auftrag geben. Das war schwierig, dadurch gab es auch Zeitverzögerungen. Mittlerweile überwiegt aber die Vorfreude auf die bevorstehende Eröffnung im Herbst. Gemeinsam mit Architekt Michael Heidt brütet Ach über den Plänen und bespricht, was als nächstes zu tun ist. Der größte Teil ist jetzt natürlich dann die Saalausbauten. Dann kommt natürlich irgendwann auch die Kinotechnik, so vier Wochen etwa vor Eröffnung. Das sind noch zwei große Brocken. Natürlich werden dann auch in allen sechs Sälen bequeme Sessel eingebaut. Platz für über 1000 Besucher. Und die dürfen gespannt sein auf das neue Kino. Drei Säle werden voraussichtlich drei bis vier werden in 3D sein. Und in unserem großen Saal, da bekommen wir ein ganz besonderes Tonsystem rein. Das Atmos-System. Außerdem haben wir einen sehr großen Gastro-Bereich hier mit einer Terrasse und einer Cocktailbar angedacht. Noch knapp drei Monate bleiben Alfred Ach und seinem Team für die Fertigstellung. Denn Ziel ist im November zu eröffnen, pünktlich zur Premiere des neuen James-Bond-Streifens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017